Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Path of Exile Atlas of Worlds, dem neuesten Addon zu diesem Spiel. Und ja, ich bin richtig gehypt, sofort starten, der Server ging erst kürzlich on und wir spielen die Essence Liga mit einer Witch. Ähm, LP Monika Basler, geht, ja. Aber komm, vorwärts. Oh, schönes Bild. So, ähm, ich muss mal kurz den Ding ausmachen. Ah, das ist alles okay. Das haben wir gemacht und, ähm, ja, können loslegen. So, mal den Stab aufsammeln und gleich ausrüsten. So, und, ja, wir sind hier gestrandet und müssen gegen, äh, Zombies wehren und andere Viecher. So, ähm, ja, das neue Addon macht ganz vieles mit Maps. Da müssen wir zuerst hinkommen, aber es geht relativ schnell, weil ich benutze extra den Bild, der eigentlich sehr gut safe und machbar ist, dank einem grossen Buff. Und, ähm, das ist der Feuerball. Ähm, der Eissperr hat noch einen grösseren Buff, aber er ist, ja, nicht so toll spielbar, wenn man safe und spielt. So, es gibt extra gute Items, die man mit dem Feuerball, ähm, Beat machen kann und, ähm, ja, das werde ich dann alles nacheinander erklären. Also, es wird ein richtig cooles Let's Play voller Explosionen, voller Feuerbälle. So, ein bisschen lauter mach ich noch. So, ähm, ich will nur kurz den Ding anmachen. Äh, Itemfate ist an, okay. Gut. Ja, ich habe in den letzten paar Monaten intensiv gespielt, ich bin gut vorbereitet. Ich habe schon viele Maps bis, äh, Tate 12, 13 Maps, glaube ich, 13 Maps habe ich gemacht. Und, ähm, ja, es ist ein bisschen lecky hier, das Server, weil ja, so viele spielen gerade. Ups. Geht's noch? Server nicht sterben, bitte. Ich will doch Let's Play. Ja, das Server ist völliger belastet. Gut, aber, komm, kein Problem. Wir knacken uns durch. Ich bringe extra viele Parts am Anfang, damit ihr schön euch einen Überblick machen könnt. Und eventuell gegebenenfalls mir helfen könnt, oder ich euch helfen kann. Ähm, ich werde alle Items, die ich nicht brauche für den Bild, verticken. Und dafür ein paar Items holen. Danke. Wirklich super Server. Extrem gut. Was, jetzt sind wir jetzt zurückgesetzt? Nein. Ja, ein bisschen zurückgesetzt. Das geht mir gar nicht. Hey Gott, oh Gott. Jetzt haben wir einen zweiten Feuerbau. Ja, das passiert, wenn man halt gleich reingeht und Let's Playen will. Aber, ähm, wenn ihr Items braucht oder wenn ich Items brauche, dann sage ich es. Und dann können wir auch irgendwie tauschen oder so. Oh, gut, Items. Brauchen wir gleich mal. So. Ja, ja. Das regt mich immer auf. Wenn man in eine neue Season reingeht, dann muss mit ganzer Zeit diese gelben Schriften kommen. Oh, sie sind ja so gut und so weiter. So. Wir machen auf Damage. Ähm. Gut, dann den equippen, dann den equippen. So. Gut. Aber jetzt sind wir ein bisschen langsamer geworden. So. So, durch Zombies schnetzen. Okay. Oh, San-Arena sind die schon. Oh. Was machen die in die für Speedruns? Schlimm, oder? Schlimm. Die haben irgendwie früher gestarten können, als ich. Direkt sofort gestartet. Haha. Ich bin nie Speedrun oder so. Ist mir scheissegal. So. Ein bisschen Erfahrung für den Feuerball, bitte. Dann machen wir gerade erst den Boss. Dann wird die irgendwie stark kommen. So. Vielleicht noch nicht ganz. Einen Life-Potion. Ist gut. Ähm. Ja. Dann equippen. So. Life-Potion. gut. Frag mich, was die Essence League eigentlich ist. Sie hat irgendwas mit Geister zu tun, aber kenne mich da noch nicht gut aus. Ähm. Ja. Irgendwas. Oh, gut. Das ist gut. Ähm. Ja. Je mehr Spelldamage, desto mehr Damage. Von unserem Feuerball. Ich wette, der wird extrem heftig stark sein. So. Also wäre es sich noch nicht so gut, dass ihr euch mit dem Spiel befasst euch mal ein bisschen dazu. Ähm. Ich habe schon mehr Let's Plays davon gemacht und habe es auch gut erklärt. Und diesmal, ja, möchte ich hier ein bisschen durchraschen, damit wir so schnell wie möglich tolle Parts haben, die es einfach krachen lassen. So. Ja, die Story ist einfach von einem Exil. Also der wurde exilant durch einen Schiffbruch. und, ähm, ja, hat, ähm, nur knapp überlebt und muss ich jetzt hier durchkämpfen, weil böse Truppen sind hier eingefallen. So. Magma Orb. Jetzt muss ich mal schauen. Machen wir den mal auf Q auch. So. Jetzt haben wir natürlich hier alle Sachen noch nicht, weil wir ja in einer neuen Season sind. So. Also, ich möchte mal ein paar vorne setzen, die ich auch umändern kann. So. Gut. Und mache ich mal den Feuerball rein. Was ich machen kann, ist hier im Shop Okay, ähm, wie kann ich jetzt die gehen, die noch nicht? Ich habe doch diese Fußburen bekommen von der letzten Season. Naja. Sind sowieso nicht schön. Ha! Sind so violett, ganz pinkig. Schrecklich. Ah. Sieht ein bisschen cool an das aus. Hm. Das ist ein bisschen geändert. Ich glaube, die wurden irgendwie verschönert, oder so, die Gegenden. Finde ich interessant. so, oh. Oh. Da kommen schon die großen Kroppen. Boom! Hat's gemacht. Level 3. Nächste Spell Damage. Wir müssen stärker werden. So. Jetzt machen wir mal Magma Up. Ja. Es fehlt an Damage. Es fehlt doch an Damage. So. Hm. Gehen wir ein bisschen hier runter. Gut. Oh. Oh. Das sind viele. So. Jetzt. Gut. Ähm. Da hat's noch mehr. Und Scroll auf Wisdom. Da oben haben wir noch mehr. Geht eigentlich relativ schnell. Also. Ich hätte nicht gedacht, dass man so einfach starten kann. Mit der Paradios Liga habe ich viel später angefangen. Jetzt hat er noch ein paar Probleme. So. Okay. Dann hat er auch einen Bait. einen toten Bait, der später gut war. Am Anfang einfach gar keine Damage macht. So. Aber mit dem Feuerball geht es einfach. Einfach. Einfach, einfach gut. So. Den weg. Ja. Ah, blöde Krabben. Noch ein bisschen. Hä, was ist mit dem? Wir haben der Bisschen safe, wenn wir uns im Feuerball... Ah, das ist jetzt... Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Das ist jetzt diese Essence Liga Spezialität. Ich glaube, die erwachen, wenn man jetzt da an... Wie ist hier? Dann müssen wir die besiegen. Und jetzt? Okay, die haben einen blauen Mod. Der Inglas... Oh. Okay. Spell. Äh, gut. Geschafft. Und jetzt? Essence of Hardred. Was haben wir jetzt bekommen? Hm. Upgrade ist ein Normal-Item. Ich muss nochmal lesen. With a quarter erupted property Properties restricted to level 35 and below. Ja. Müssen wir jetzt bis level 35 warten? Oder was? Ah, runter. Bellow heißt runter. Hm. Also da runter. Aber ich bekomme hier Schaden über. Das ist sehr Wahnsinn. So. Jetzt gehen wir mal ins nächste Gebiet. Schauen wir mal, ähm, eigentlich Cast Speed, aber zuerst Cast Speed nehmen oder Spell Damage. Ja, äh, Cast Speed brauchen wir jetzt noch nicht so unbedingt. So. Also. Properties restricted to level 35 and below. Mann, wieso ist es nicht deutsch? Ich bin Schweizer, ich kann nicht so gut deutsch. Mann, ich muss alles lernen. Ja, ich kann nicht so gut, äh, Englisch. Man lernt das halt nicht in der Schweizer Schule. Also jetzt. Heutzutage früher konnte man da erst ab der 6. oder 7. Klasse Englisch lernen und das auch nur nebenbei. Ne Frechheit. Aber gut, Spiel willst so. Denn ich halt hier ein bisschen Englisch. Hab schon viel gelernt durch dieses Spiel. So, oh, nochmals. So, jetzt noch mal warten. Könnte sein, dass wir jetzt sterben. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, das kann man immer wieder wiederholen und so. Kann man immer wieder diese Steine über. Lassen wir das mal. Haben wir jetzt eigentlich auch eine Prophecy Stone bekommen? Nein, oder? Noch keinen Property Stone. Hm. Ich finde ein bisschen schade, dass die Season immer relativ gleich sind. sind wieder solche Spezialbosse sind. Also Biete schon schade. Das sind schon recht starke Monster. Ich muss hier mal den Mana Trank davor legen, dass ich besser rankomme. Und jetzt kommt dieser Einfrier Typ. Genau, High Rig. Schwach. Schwach. Gut, geschafft. Oh, Käuf. Hm. Gut. Nicht nötige. So, mal schauen. Ab Level 5. Okay. So, gut. Ähm. Tun wir hier alles noch besiegen. Ja, wieder ein Skelett, Drachenskelett auf dem Boden. Es gibt so wenig Drachen in diesem Spiel. Nur Skelette. Oder sind das Wale oder so? Nein, sind Drachen irgendwie? Keine Ahnung. soo. Und hier wurde einer eingenagelt, gekreuzigt. Hm. Ach, das Spiel ist schon gut. Auch wenn es ein bisschen langatmig ist. Ein bisschen kompliziert, aber ich mag es. Ich habe es schon über 950 Stunden gespielt. Halt nie auf einmal, weil es relativ schnell dann manchmal einfach zu viel wird. Aber immer wieder ein bisschen kenne ich mich auch nicht ganz so gut damit noch aus und bräuchte da vielleicht ein paar mal Hilfe. Aber ja, ich sehe dass es ist eigentlich relativ selbst dass man auf selbst drauf kommen kann, wenn man jetzt irgendwas falsch macht oder so. Einfach das Verskillen und so ist ein bisschen nervig. So. Schauen wir mal kurz 10. Ja. Lieber einen Schritt tragen und den mal nicht verwenden. Ja. So. Okay. Das ist jetzt ein Ball. Skelett. So. Jetzt haben wir auch das Level. Und ja, weiterhin auf Schaden. Wir müssen so schnell wie möglich eigentlich hier hoch kommen und da rüber und dann hier den Radius mitnehmen, damit wir einfach mehr Explosionsradius haben vom Feuerball. Dann hier hoch auf Feuer Damage. Ja. Oh, da gibt es jetzt ein Bild. Das ist neu. Scheinbar. Hm. Okay, gut. So, Delle. So, lasst euch besiegen. Feuerball ist recht klein gegen zu anderen Spielen, aber ja, das wird so voll sein, der Bildschirm wird ganz voll sein am Ende des Let's Plays. Bevor ich da auch abbreche oder sonst irgendwas, kann ich schon mal sagen, ich werde sehr, sehr, sehr weit machen. Bis es eigentlich gar nicht mehr geht. Bis ich merke, ja, schaut niemand mehr zu, ich komme einfach nicht mehr weiter oder ja, und so weiter. Es ist schon abhängig von euch sozusagen. Gut. Also, dann haben wir hier den hier. das werden wir mal verwenden. Die Kisse tun. Den werden wir verkaufen und ja. Also, ertauschen sozusagen. Ah, ist laggy. Deshalb. ab. Danke, aber, ähm. Was ist denn jetzt wieder schon wieder los? Ja, Server. Wieso bringen die keine anständigen Server hin? Ah, Gott, oh Gott, oder dass wir einmal wieder am hacken haben. Da muss ich. Ja, kurzen Moment.